Schneeball, eine Trameini von Fiction Hermine war vollkommen aufgelöst, als sie wieder einmal feststellen musste, dass ihr geliebter Kater Krummbein spurlos verschwunden war. Auf der Suche nach ihm bemerkte sie, dass Draco Malfoy verdächtig oft durch die Gänge schlich und sich einfach nur verdächtig verhielt. Sie konnte sich nicht vorstellen, was der arrogante Schlüsselerin dort zu suchen hatte und was er im Schilder führte. Obwohl Hermine besorgt und neugierig zugleich war, konnte sie sich nicht auf Malfoy konzentrieren, als ihr Kater weiter verschwunden blieb. Sie suchte verzweifelt jeden Winkel der Schule nach Krummbein ab, doch vergeblich. Als sie schließlich den Gemeinschaftsrahmen der Gryffindors betrat, erzählte sie Ginny von ihrer Suche und ihrer Vermutung, dass Malfoy in irgendetwas Böses verwickelt sein könnte. Ginny, die Malfoy und seine dunklen Machenschaften ebenfalls kannte, konnte nicht anders, als Hermine zuzustimmen. Hermine und Ginny waren so vertieft in ihr Gespräch, dass sie gar nicht bemerkt hatten, wie viel Zeit vergangen war. Schließlich beendeten sie ihre Diskussion und verabschiedeten sich voneinander. Hermine war jedoch noch immer besorgt um Krummbein und beschloss, eine Weile nach ihm zu suchen. Sie durchsuchte jeden Winkel der Schule, bis sie schließlich einen Zauber anwendete, um ihn aufzuspüren. Der Zauber führte sie zu einer Besenkammer, in der sie Krummbein mit einer schneeweißen, hereinrassigen, sibirischen Knieseldame vorfand, die gerade Junge bekommen hatte. Das war der Beginn eines Abenteuers, das sie nicht erwartet hatte. Die grummelige Knieseldame musterte sie mit skeptischem Blick und fauchte laut. Sie wirkte auf Hermine nicht gerade freundlich, und es bedurfte einiger Überredungskunst von Krummbein und ihr. Doch als die zuckersüßen, gescheckten Kätzchen mit Hermine zu spielen begannen, wurde die Stimmung entspannter. Die Knieseldame war offensichtlich eine sehr fürsorgliche Mutter. Hermine beugte sich zu den Kätzchen hinunter und sagte, Hallo, ihr Süßen, wie geht es euch denn? Habt ihr schon mit eurer Mama gespielt? Die Kätzchen miauten zurück und schienen Hermine mit großen Augen anzuschauen. Oh, seid ihr nicht entzückend? Fuhr Hermine fort und streichelte sanft über das Fell eines der Kätzchen. Ich würde euch am liebsten alle mitnehmen. Irgendwann riss Hermine sich von den Kätzchen los und machte sich mit dem stolzen Vater Krummbein wieder zurück auf den Weg zum Gryffindorturm. Sie dachte immer noch über die teure Knieseldame nach, als sie plötzlich Malfoy hinter sich hörte. Er schien sie nicht zu bemerken und rief, Mietz, Mietz, Schneeball, wo bist du? Hermine rollte mit den Augen und beschloss, ihn zu ignorieren und weiterzugehen. Doch bevor sie entkommen konnte, hörte sie Malfoy, Na, Granger, wo hast du denn dieses hässliche Biest aufgelesen? Hermine drehte sich um und entgegnete. Er ist kein Biest, sondern ein Halbkniesel. Aber Anstand kann man von jemandem wie dir wohl nicht erwarten. Malfoy lachte spöttisch und sagte, Immerhin kann ich mir eine richtige Kniesel leisten und muss mir keine Halbratten halten wie du, Granger. Hermine ballte die Fäuste und entgegnete, Ich halte keine Ratten als Haustiere, Malfoy, aber ich wusste nicht, dass du eine Vorliebe für Nagetiere hast. Malfoy schüttelte den Kopf und zog einen Zauberstab. Typisch Schlammblut, immer so überheblich. Ich denke, ich werde dir eine Lektion erteilen. Hermine lachte spöttisch. Ich denke, es ist eher andersrum, Malfoy. Aber wenn du unbedingt willst, können wir ja einen kleinen Zauberwettbewerb veranstalten. Sie zog ebenfalls ihren Zauberstab und beide begannen, Zaubersprüche aufeinander zu schleudern. Sie entgingen sich geschickt, aber keiner schien einen klaren Vorteil zu haben. Duellieren wir uns etwa? fragte Malfoy und gab einen mächtigen Fluch auf Hermine ab. Sie wich den Fluch aus und antwortete Ich glaube, du hast angefangen, Malfoy! Sie konterte mit einem Zauber, der ihn zu Boden warf. Aber Malfoy war schnell wieder auf den Beinen und schickte einen weiteren Fluch auf Hermine. Sie duckte sich und schleuderte ihm einen Zauber zurück, der ihn gegen die Wand schleuderte. Das wird dich lehren, dich nicht mit einer Griffindor anzulegen, verkündete Hermine siegesicher. Sie drehte sich um und ging, aber als sie noch einmal zurückschaute, kam es ihr, dass Malfoy wohl genug Geld hätte, dass er sich eine teure Knieseldame wie die aus der Besenkammer leisten konnte. Hermine erzählte Ginny von dem Auffinden der Knieseldame und wie sie diese mit Krummbein in der Besenkammer entdeckt hatte. Und weißt du was? Sie hatte Kätzchen. Die waren so süß. Ginny lächelte. Das klingt wirklich süß. Doch dann erzählte Hermine von ihrem Zusammenstoß mit Malfoy und wie er sie beleidigt hatte. Ich habe ihm gesagt, dass Krummbein ein Halbkniesel ist und er hat mich als Schlammblub beschimpft. Hermine seufzte und fuhr fort. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich konnte Malfoy nicht einfach davonkommen lassen, nachdem er mich so beleidigt hatte. Aber ich wollte auch nicht, dass es eskalierte und alles noch schlimmer würde. Ginny sah sie fest an und sagte. Hermine, du musst dir selbst treu bleiben und für das einstehen, was du glaubst. Ich denke, du solltest ihm zeigen, dass er mit dir nicht machen kann, was er will. Hermine nickte nachdenklich und sagte. Du hast ja recht. Ich werde ihm zeigen, dass ich mich nicht einschüchtern lasse. Ich werde ihm beweisen, dass ich genauso gut bin wie er, wenn nicht sogar besser. Ginny lächelte zufrieden und sagte. Das ist die richtige Einstellung, Hermine. Ich bin sicher, dass du es schaffen wirst. Ginny seufzte. Typisch für Malfoy. Aber was denkst du, wem die Knieseldamme gehört? Hermine zögerte kurz. Ich denke, sie gehört Malfoy. Sie haben sogar einen ähnlichen Charakter. Beide sind arrogant und selbstverliebt. Ginny's Gesicht verfinsterte sich. Weißt du, Knieselbesitzer töten oft den Nachwuchs ihrer Kniesel, wenn diese nicht reinrassig sind? Das liegt daran, dass solche Würfe den Stammbarm des Tieres verfälschen und spätere Würfe verlieren dadurch an Wert. Sie presste ihre Lippen zusammen. Und wenn die Knieseldamme wirklich Malfoy gehört, wird er wohl kein Mitleid mit den Kätzchen haben. Hermine war entsetzt über diese Information und sagte. Das ist grausam. Wie können sie nur so etwas tun? Das sind doch auch Lebewesen. Ginny nickte zustimmend. Ja, das sind sie. Aber für manche Menschen zählt nur das Aussehen und der Stammbarm. Es ist traurig. Hermine seufzte. Ich hoffe nur, dass die Kätzchen der Knieseldame in ihrem Versteck in Sicherheit sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Malfoy auch nur einen Hauch von Mitgefühl für sie hat. Ginny sah sie aufmunternd an. Mach dir keine Sorgen, Hermine. Wir werden einen Weg finden, um den Kätzchen zu helfen. Hermine war fassungslos über diese grausame Praxis der Knieselbesitzer. Sie konnte nicht fassen, dass es Menschen gab, die ihre Tiere einfach so töteten, nur weil sie nicht den Vorstellungen von Reinheit und Stammbaum entsprachen. Es brach ihr das Herz zu hören, dass die unschuldigen Kätzchen der Knieseldame möglicherweise getötet wurden, nur weil sie nicht reinrassig waren. In ihrem Kopf formten sich Gedanken, wie sie gegen diese Praxis vorgehen könnte. Sie dachte darüber nach, ob sie möglicherweise eine Organisation gründen sollte, um gegen diese Grausamkeit zu kämpfen. Hermine war entschlossen, etwas zu unternehmen und die Welt ein bisschen besser zu machen. Zumindest was die Behandlung von Tieren angeht. Gleichzeitig fragte sie sich, wie sie Malfoy gegenübertreten sollte. Sollte sie ihm die Wahrheit über die Knieseldame sagen oder ihn damit konfrontieren, dass er die Kätzchen nicht töten durfte? Oder sollte sie es einfach auf sich beruhen lassen und hoffen, dass die Kätzchen ohne sie überleben würden? Hermine wusste, dass es schwierig sein würde, dem Malfoy zu begegnen, aber sie war bereit, sich der Herausforderung zu stellen. Hermine konnte Malfoy nicht aus ihrem Kopf bekommen und fragte sich ständig, was er wohl mit der Knieseldame und ihren Kätzchen anstellen würde. Am nächsten Tag, als sie auf dem Weg zum Unterricht war, sah sie Malfoy in der Nähe der Besenkammer, in der die Knieseldame und ihre Kätzchen sich versteckt hatten. Sie versteckte sich selbst in der Nähe und beobachtete, wie Malfoy das Versteck fand und die Knieseldame und ihre Kätzchen mitnahm. Hermine fühlte Wut und Verzweiflung in sich aufsteigen. Sie wusste, dass sie etwas hätte tun müssen, um die Kätzchen zu retten, aber sie hatte es nicht geschafft. Sie fühlte sich schuldig und machte sich selbst Vorwürfe, dass sie nicht mutig genug gewesen war, um etwas zu unternehmen. Hermine konnte sich nicht verzeihen, dass sie Malfoy einfach hatte davonkommen lassen und den Kätzchen nicht hatte helfen können. Sie schwor sich, dass sie in Zukunft mutiger sein würde und für das einstehen würde, was richtig war. Hermine belauschte am Abend ein paar slöseren Fünftklässler, als sie das Passwort zum Gemeinschaftsraum sagten. Später, als es Nacht war, schlich sie sich mittels eines Unsichtbarkeitszaubers in die slöseren Räume. Sie suchte Raum für Raum ab, bis sie schließlich Malfoys Zimmer fand. Vorsichtig öffnete sie die Tür und ging hinein. Ihre Augen suchten das Zimmer ab. Schließlich erblickte sie das Körbchen mit den kleinen Knieseln am Fußende von Malfoys Bett. Sie war erleichtert, dass sie gefunden hatte, wonach sie gesucht hatte, und schritt leise und behutsam zu dem Körbchen hinüber. Hermine versuchte, das Körbchen mit der Knieselmutter und ihren Jungen zu stehlen, aber als sie es hochhob, wachte die Mutter Kniesel auf und fauchte sie wütend an. Draco schlag hoch, als er das Fauchen der Knieselmutter hörte. Er blinzelte und rieb sich die Augen, während er sich aufrichtete und schließlich Hermine anstarrte, die das Körbchen mit den Knieseln immer noch festhielt. »Was zum Teufel machst du hier, Granger?« fragte er und setzte sich nun vollkommen aufrecht hin. »Das geht dich nichts an, Malfoy!« erwiderte Hermine, während sie versuchte, das Körbchen mit der sich wehrenden Knieselmutter festzuhalten. »Das geht mich sehr wohl was an, du Einbrecherin!« erwiderte Draco wütend. »Du hast hier nichts verloren!« »Einbrecherin?« »Das ist lächerlich, Malfoy! Ich will nur diese unschuldigen Kätzchen retten, die du und deine Leute umbringen wollt!« sagte Hermine mit Nachdruck. »Das sind keine Kätzchen, das sind Kniesel! Du hast keine Ahnung von reinrassigen Tieren, Granger!« spottete Draco. »Wie kannst du nur so herzlos sein? Diese Kreaturen haben genauso das Recht zu leben wie du und ich. Du bist ein Knieselmörder! Malfoy!« schrie Hermine. Draco stand nun auf und baute sich vor Hermine auf. »Ich bin kein Mörder! Du bist eine verdammte Diebin! Gib mir sofort das Körbchen zurück!« »Das werde ich nicht tun! Ich werde diese Kätzchen beschützen, ob du es willst oder nicht!« rief Hermine und zog das Körbchen näher zu sich heran. Draco und Hermine standen sich eine Weile gegenüber und starrten einander wütend an. Schließlich seufzte Draco und sagte, »Du bist verrückt, Granger! Aber ich werde dir weder meine Schneeball noch ihre Jungen überlassen!« Hermine schnappte verächtlich. »Du bist einfach nur ein arroganter, egoistischer Idiot, Malfoy! Und ich werde nicht zulassen, dass du diese unschuldigen Wesen quälst und tötest!« Draco rollte mit den Augen. »Das ist lächerlich, Granger! Woher hast du die Idee, dass ich ein Knieselmörder bin?« Hermine funkelte ihn an. »Ich habe genug gehört, um zu wissen, dass du und deine Slytherin-Freunde sie quälen und umbringen. Das ist widerlich und grausam!« Draco runzelte die Stirn. »Das ist völliger Quatsch! Wir spielen höchstens ein wenig mit ihnen, aber wir würden niemals ein Tier töten!« »Spielen!« Hermine schnaubte und blieb skeptisch. »Na gut, vielleicht nicht du persönlich, aber du bist Teil dieser Gruppe, die für ihre Grausamkeit bekannt ist. Ich traue dir und deinen Freunden nicht über den Weg!« Draco schnaubte. »Du bist paranoid, Granger! Aber glaub, was du willst! Es ändert nichts daran, dass du hier nichts verloren hast und das Körbchen mit den Kniesel zurückgeben solltest!« Draco runzelte die Stirn. »Hie kommst du überhaupt auf die Idee, dass ich ein Knieselmörder sei?« Hermine atmet tief durch. »Ich habe mit Ginny darüber gesprochen, wie die Knieselzucht funktioniert und Kniesel, deren Stammbaum nicht rein ist, verlieren an Wert, genauso wie alle weiteren Würfe der gleichen Mutter. Es ist nur logisch, dass du sie loswerden willst, um mehr Geld für spätere Würfe zu bekommen.« Draco schüttelte den Kopf. »Geld brauche ich nicht. Schneeball ist für mich sowieso unbezahlbar, weil sie im letzten Jahr meine beste Freundin war. Ich würde ihren Jungen niemals ein Leib zufügen.« Hermine starrte ihn ungläubig an. »Das ist überraschend.« Draco zuckte mit den Schultern. »Es ist nicht alles, was es zu sein scheint, Granger. Manchmal lohnt es sich genauer hinzusehen.« Hermine seufzte. »Ich sehe ein, dass ich voreilig gehandelt habe, aber ich kann nicht einfach so aufgeben und die Kniesel zurücklassen.« Draco bechachtete sie eine Weile und sagte dann, »Ich kann verstehen, dass du das Beste für die Kniesel willst, aber ich kann dir schwören, dass sie bei mir in Sicherheit sind. Ich werde mich gut um sie kümmern.« Hermine nickte langsam. »Danke, Malfoy.« Draco nickte knapp und setzte sich wieder aufs Bett. Er erklärte ihr, es sei besser, wenn sie jetzt gehen würde, da es nicht lange dauern würde, bis jemand bemerkte, dass sie hier war. Hermine nickte und wandte sich zum Gehen. Bevor sie jedoch den Raum verließ, drehte sie sich noch einmal zu Draco um und sagte, »Ich weiß, dass wir nicht die besten Freunde sind, aber ich glaube, wir könnten uns wenigstens als Verbündete in dieser Sache betrachten.« Draco betrachtete sie nachdenklich. Er dachte, dass sie tatsächlich Verbündete sein könnten. Plötzlich tauchte Krummbein, der Kater von Hermine, auf und gesellte sich zu den Knieseln. Weder Hermine noch Draco wussten, wie er es in die Räume geschafft hatte, aber er und die Knieseldame rieben sich schnorrend aneinander. Hermine und Draco beobachteten die Szene schweigend, als Hermine schließlich sprach. »Es ist merkwürdig. Ich hätte nie gedacht, dass Krummbein sich mit einer reinrassigen Kniesel vertragen würde.« Draco antwortete ihr mit einem Lächeln. »Liebe überwindet wohl doch Dinge wie Rasse.« Hermine sah ihn an und bemerkte, dass Draco schon lange nicht mehr die Kniesel beobachtet hatte, sondern sie. Sie errötete leicht und senkte den Blick, während Draco sie prüfend betrachtete. Sie hoffte, er konnte ihren Herzschlag nicht hören, der gerade in ihren Ohren dröhnte und sie war sich nicht mehr sicher, ob er tatsächlich von Knieseln gesprochen hatte. »Dann sind wir also Verbündete in dieser Sache?« fragte er schließlich. Hermine nickte und ein kleines Lächeln stahl sich auf ihr Gesicht. »Ja, ich denke schon. Es ist schön, dass wir zusammenarbeiten können, Malfoy.« Draco nickte knapp und sein Blick fiel wieder auf die Tiere. »Ich werde mich um sie kümmern, versprochen.« Hermine drehte sich zum Gehen um, als Draco sie plötzlich zurückrief. »Granger, warte.« Hermine blieb stehen und wandte sich erneut zu ihm um. »Was ist los?« Draco sah sie einen Moment lang schweigend an, bevor er schließlich sagte, »Ich weiß, dass ich in der Vergangenheit nicht nett zu dir war, aber ich möchte mich dafür entschuldigen. Ich war ein Idiot.« Hermine war überrascht von seinen Worten und blickte ihn offen an. »Das ist okay, Malfoy. Ich glaube, wir können alle Fehler machen. Hauptsache, wir lernen daraus.« Draco nickte zustimmend und ein kleines Lächeln stahl sich auf sein Gesicht. »Ja, das stimmt wohl. Es tut mir leid für alles, was ich dir angetan habe.« Hermine lächelte zurück und sagte, »Danke, Malfoy. Ich glaube, wir können jetzt beide einen Neuanfang machen.« Draco nickte und sie verabschiedeten sich voneinander, bevor Hermine die slüsseren Räume verließ und sich auf den Weg zurück in den Gryffindor-Turm machte. »Okay, bevor ihr jetzt abschaltet, lasst mir doch bitte ein Review da, wie ihr die Geschichte gefunden habt. Denn der Autor dieser Geschichte war Chat-GPT. Jetzt, glaube ich, habe ich ein paar erstaunt, weil wir haben schon ein paar Chat-GPT-Geschichten gehört und eigentlich wollte ich auf den Zug nicht aufspringen. Ich habe mir gedacht, nee, nee, komm, hey, sowas machst du nicht. Das Dumme ist nur, ich bin tatsächlich IT-Lehrerin von Beruf und da konnte ich meine Finger nicht davon lassen. Also habe ich es mal probiert. Ich habe einen anderen Ansatz gewählt, wie die anderen alle. Ich habe tatsächlich schon eine grobe Idee gehabt, wie ich die Geschichte verlaufen lassen will. Ich habe dann der Maschine gesagt, okay, so und so will ich es haben und habe dann immer wieder nachkorrigiert, habe gesagt, nee, schreibt das nochmal anders, schreibt das nochmal anders. Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht? In der Mitte zum Beispiel, als Hermine in Slytherin Schlafraum eingebrochen ist, hat Draco im Schlaf gemurmelt, ich muss Harry Potter töten. Und ich war so, was? Naja, ähm, ich denke, es war eine interessante Erfahrung. Ich denke, ich habe auch ziemlich das aus Chat-TPT rausgeholt, was man rausholen kann. Ähm, mehr wird schwer. Also, ich will jetzt nicht abstreiten, dass es jemand schafft, da mehr rauszuholen an Geschichte, aber lasst euch gesagt sein, mehr wird schwer. Trotzdem fand ich es jetzt eine ganz okay von der Geschichte her. Es war halt eine Idee, die ich schon vorher hatte, also praktisch, dass Draco eine reinrassige Kniesel hat und dass diese Knieseldame Babys von Krummbein kriegt und Hermine diese Babys retten möchte, weil sie halt Angst hat, dass Draco ihnen was antun könnte, aber sie damit halt komplett falsch liegt. Das war die Grundidee der Geschichte. Und, ja, Chat-TPT hat die dann ausgeführt. Ich habe es in mehreren Bereichen machen müssen, weil grundsätzlich kann Chat-TPT die schon längere Geschichten schreiben, das glaube ich schon, aber es hängt sich halt dann immer auf. Also, zumindest wenn man kein Premium hat, hängt sich das Ding auf. Und, ja, deswegen, bitte sagt mir, was ihr von der Geschichte gehalten habt. Soll ich gegebenenfalls noch ein paar Ideen, wo ich so habe, wo ich bisher noch nicht umgesetzt habe, auch mal in Chat-TPT reinschreiben und schauen, was Chat-TPT draus macht. Am Ende muss man natürlich noch mal drüber korrigieren und ein paar Sachen, die darf Chat-TPT nicht. Aber, es war eine interessante Erfahrung, würde ich jetzt mal sagen. Ich möchte sie auch nicht missen und hat mich auf jeden Fall mal so, ja, ich möchte jetzt nicht sagen überzeugt, sondern hat mir mal gezeigt, wie weit eine KI eigentlich jetzt so eine Geschichte tatsächlich schreiben könnte, wenn man danach noch mal drüber korrigiert und so weiter. Jo, ach ja, und bewertet bitte die Geschichte, gebt ihr eine Note, Note 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hätte jetzt gesagt, okay, ja, 3 plus. Was haltet ihr davon? Okay, also, man hört sich dann mal. Bis bald, ciao, ciao. Ciao,